So, neue Stufe für die Kämpfer. So, erstmal die Wolfsgrube. So, jetzt müssen wir Oka töten. I agree with you. I agree with you. Ja, los geht's! Pillage! Ich agree with you. Ich dachte so. Etwas knapp. Was? Was brauchen die nochmal hier? Gegengift. Okay. We know our own worth. Hm? What? Dann schicken wir dich mal alleine auf dich gestellt. Yes. Hoffentlich läufst du nicht an dem Ding vorbei. Oh, Bärenhöhle ist auch nicht gut. I agree with you. What? Who? Really? Us? Who? Yes. What? Probably. Let's go. Also gut zu wissen, hier ist noch eine Bärenhöhle. Hm. Also die beiden Sachen können wir auf dem Rückweg kaputt machen. Sobald wir hier oben alles kaputt gemacht haben. So. Das Ding haben wir ja kaputt gemacht. Die Skelettkruft. Really? Us? Also ja, Ogre sind wie gesagt doch immer nervig. Nervig. Ah, ne Wissensschriftrolle, ne neue. Die nehmen wir dann gerne. What? Erstmal alles verkaufen, was wir haben. Wissensschriftrolle kaufen. Benutzen. Let's go. Really? Us? Äh, die Taste wollte ich. Mhm. So, unsere Kämpfer sind wieder oben auf. Let's go. Let's go. Mhm. Und mit denen können wir dann erst das Brigantenlager und die Wolfshölle daneben vernichten. Und dann hier das Bärenlager und was auch immer das hier für eine Höhle ist. Gibt, wie gesagt, erfahrungspunkte für unsere Truppen. Und erfahrungspunkte für uns. Huh? Pillage. Yeah, yeah, yeah. I agree with you. Also ja, ist ne Wolfshöhle. Destroy. Barak. Braucht ein Ding von der Zumpfbehausung. Ist ja gut, dass wir das noch nicht ganz gemacht haben. Wir wissen unsere eigenen Worte. Ich glaube mit dir. Ich glaube mit dir. Pillage. Cut. Ich glaube mit dir. 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 okay die heilung so jetzt wo wir die achse haben kann es nichts mehr aufhalten wir müssen unsere armeen in ucduk versammeln zum imperialen lager marschieren oh gott oh gott du wirst ja angegriffen von wölfen die die sport sind zum glück ok ja aber wie gesagt bevor wir uns jetzt ucduk widmen gehen wir erst mal hier die straße wieder hoch und machen hier den rest gehen dann hier komplett den sumpf noch ab was noch fehlt das ist nämlich auch genug gehen dann hier zu der stadt zurück kümmern uns da oben um die grüfte und gehen dann zu um will es mich voll verhalten. Ach, Waroklager, okay. Cut. Und das sind einfach nur Bären. I thought so. Speichern. I agree with you. I thought so. Na gut. Pillage. Destroyed. 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 Ja gut, Vorks können auch immer noch Damage machen. Und zwar guten Damage. Ja gut, Vorks, 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 Vorks. So, gehen wir mal gucken. Da ist der imperiale Außenposten und da sind auch noch Grüfte und so. Gehen wir erstmal da drüben hin und dann gehen wir hier zurück zu den Sumpfgrüften und gucken uns dann hier wieder um. Hier waren wir ja als erstes. Der Friedhof da zum Beispiel lebt ja auch immer noch. Hier drin waren wir glaube ich gar nicht. Und hier ist unser Zelt, wo wir gestartet haben. Ach komm doch Leute. Wie könnt ihr an jeder Ecke hängen bleiben? Manchmal würde ich denen auch am liebsten einen Doppelklick geben, damit sie rennen. Aber tun sie ja nicht. Die können nur rennen, wenn ich ihnen Angriffsbefehl gebe. Also ich würde sagen, ich mache noch die Höhle hier platt. Der imperiale Außenposten ist nicht mal gut verteidigt. Den könnte ich sogar... Schwerkämpfer und Jäger. Ich dachte so. Okay, ne Wolfsgrube ist das nur. Wie gesagt, die machen wir noch platt. So, ein bisschen Nahrung aus der Wolfsgrube. Die haben keine neue Aufgabe. Klansmann, zusammen sind wir invincible. Lass uns mit den Imperioren machen. Lass uns mit dem Empire. Lass uns mit Kahanas. Äh, das wollte ich eigentlich erstmal noch nicht. Egal. Dadurch haben wir jetzt einen dunklen Schamanen. Und Heerführer. Den lassen wir aber erstmal da und gehen nur mit unserer eigenen Armee. Ah, aber Oogtug macht uns ein Angebot. Okay. Gut, jetzt aber erstmal wieder speichern. Das müsste 15 sein jetzt, ja. Let's play 15. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich. Bis gleich. Das abgeńst.